Hi Leute, willkommen zu dieser wunderschönen Aufnahme. Ich gucke mal, es klappt alles. Ja, es klappt alles gut. Ich habe ja ein neues Hintergrund, also Kanal Banner gemacht und heute wollte ich mal mit euch ein neues Profilbild für mein Dings machen in Paint. Fangen wir mal an. Okay, die Augen machen wir glaube ich zuerst. Hm, sollten wir es so, warte mal, ich versuche mal was. Sieht das gut aus? Warte mal, wir können es auch hier mitmachen. Warte, warte, warte. So. Hm. Können auch so ein Gesicht. Was? Ach, ich habe ja immer noch diese Farbe. Äh, Fail. Hm. So, irgendwie so ein Gesicht oder so. Das sieht so doof aus. Ja, perfekt Leute, perfekt. Perfekto. Ähm. Back mit dem. Ja. So, dann fangen wir mal richtig an. Ja, weil es sind natürlich schon richtig toll angefangen. Nee, das ist ein bisschen... Ja, das passt doch. Nee, der Strich ist ein bisschen verkoppelt. Ja, das sieht doch relativ in Ordnung aus. Nee, 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 der geht gar nicht. Nee. Halt, stopp. Nee, 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 nee. Nee, nee, nee. Der hat auf uns bewerfen müssen, aber das ist egal. So, wir machen mal so rote Augen so ein bisschen. das weiß lassen oder könnte ich das irgendwie das wollen wir natürlich nicht ich weiß warum auch mal kurz schwarz hier müssen wir die lücke schließen jetzt können wir das auch mit perfekt die augen sind schon mal gut gelungen und m so nein nein so wollen wir gar nicht anfangen das sieht doch wie eine banane oder das passt irgendwie ja und dann irgendwie so ja würde ich sagen das würde doch gehen oder ich weiß es sieht schrecklich aus aber ich hatte gefallen euch solche videos und schreibe es noch in die kommentaren das sind hier durch das mal lila machen ach du heilige nein machen wir direkt rückgängig glaube ich auch nicht so passen ich weiß es sieht es sieht schrecklich aus aber heute das das wird jetzt mein offiziellen neues kanalbild wenn es euch wenigstens ein bisschen gefällt dann schreibt sie mal in den kommentaren ja dann tschüss leute bis in den nächsten minuten sie fährt noch ein bisschen verbessern ja dann tschüss